Die Immobilie, die Ihnen hier zum Kauf angeboten wird, wird alle Wasserliebhaber erfreuen. Sie befindet sich in einem guten Allgemeinzustand und verfügt über eine wohnliche Innenausstattung, die zum Verweilen einlädt. Tanken Sie täglich neue Kraft in Ihrer Oase des Wohlgefühls. Interessiert Sie diese Immobilie? Ich zeige sie Ihnen gerne. Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. REMAX – Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause.